Mein Name ist Tarek, ich bin feministischer Netzaktivist. Der Prozess zum Vloggen war relativ lang. Ich glaube, begonnen hat das Ganze, dass ich meine Erzieherausbildung gemacht habe und gesehen habe, wie früh kleine Jungs, kleine Mädchen in so ein Geschlechts-Gender-Korsett gedrängt werden, was ich einfach Horror fand. Das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin, glaube ich, ein Feminist, weil ich war da schon immer, aber ich habe nie dieses Label für mich in Anspruch genommen. Dann habe ich Medienwissenschaften studiert, Gender Studies im Nebenfach. Und ab da war für mich einfach klar, ich möchte ein Video-Format haben, was Feminismus und Gender-Themen halt beinhaltet. Meine Strategie ist definitiv Humor und auch so ein bisschen Satire, weil ich merke, dass, wenn ich mich selbst auch nicht so ernst nehme, kann ich dadurch auch ein bisschen mehr manchmal Leute erreichen, die halt bei Feminismus oder bei Gender-Themen das Kotzen bekommen. Was immer mein Thema ist, ist halt Feminismus in den Mainstream zu bringen, weil der Mainstream ja ganz oft der Meinung ist, Sexismus, Rassismus, Trans- und Homophobie, das gibt es alles gar nicht mehr, das haben wir nicht. Ganz viele Menschen auch im Netz wissen es besser und das ist so meine Mission. Ich habe mich auch irgendwann mal Gender Love Messias genannt. Das heißt, es kommt von ganz oben, was ich da mache. Und ich versuche von ganz unten den Mainstream quasi aufzubrechen. Also ich moderiere jetzt auch ein Online-Format für das ZDF. Das heißt, ohne die Gender-Krise wäre das auch nicht passiert. Also auch der Mainstream ist auch langsam bereit für diese ganzen Themen. Und ja, ich finde es ganz cool, da auch mit dabei zu sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass andere Menschen das halt auch können. Trans-Menschen, Muslimer mit Kopftuch, ohne Kopftuch oder was auch immer. Also ich bin gerade auch so ein bisschen mehr so auf dem Trip auch anderen Menschen einfach Raum, Space, sichere Räume zu bieten, um halt ihre Meinung, ihre Statements halt in die Welt zu posaunen. Ich meine, wie geil hätte ich das als Kind gefunden zum Beispiel, wenn es eine schwarze Tagesschau-Moderatoren gegeben hätte. Das sind so Sachen, die werden wahrscheinlich bald Realität so, aber das dauert halt noch ein bisschen. Die Vision vom Fem-Stream ist, dass der Feminismus selbstbestimmt und autonom sich quasi den Mainstream packt, ihn emanzipiert und voller Empowerment umstrukturiert und am Ende halt Fem-Stream rauskommt. Das ist wahrscheinlich ein 재밌er Aberkauftuch, der wir auch nicht viel, das gibt einfach check die Felixkohiser. Diese Tähne, die ist einfach mal unbedingt sofort angeht. Die kosten-